Hallihallo! Heute möchte ich das Kommutativgesetz mit euch besprechen und davon gibt es zwei Varianten. Einmal das Kommutativgesetz der Addition, also bezüglich Plus, und einmal das Kommutativgesetz der Multiplikation, also mit Mal. Und das der Addition, das sagt folgendes, ob ihr A plus B rechnet oder ob euch lieber ist, B plus A zu rechnen, das könnt ihr euch aussuchen, da kommt nämlich einfach dasselbe raus. Das bedeutet, wenn ihr da jetzt für A und B Zahlen einsetzen würdet, also ob ihr 7 plus 3 rechnet, oder wenn ihr die beiden einfach vertauscht und sagt, mir gefällt es viel besser, wenn ich 3 plus 7 rechne, das dürft ihr machen, denn da kommt einfach dasselbe raus. 7 plus 3 sind 10 und 3 plus 7 sind auch 10. Also ihr könnt es euch aussuchen, was euch besser gefällt. Bei Plus und auch bei Mal, wenn ihr, da heißt es mit Buchstaben, heißt es A mal B ist dasselbe wie B mal A. Also ob ihr 2 mal 3 rechnet oder wenn ihr es vertauscht und 3 mal 2 rechnet, da kommt dasselbe raus. 2 mal 3 sind 6 und 3 mal 2, oh Wunder, sind auch 6. Und das ist das Kommutativgesetz. Man kann sich das auch merken, weil es gibt ja noch andere Gesetze. Hier im Namen kann man sich so eine kleine Eselsbrücke machen, habe ich gelesen. Komm und tausche. So kann man sich das einfach merken, das hier so im Namen komm und tausche. Also das ist das Kommutativgesetz, man darf die Dinge vertauschen. Einfach rumdrehen, wenn es einem besser passt. Und das schauen wir einfach mal, wie man das nutzen kann bei Aufgaben. Ganz wichtig, das gilt nur, wenn da Plusse drin sind und zwar nur Plusse. Da darf keine Mischung von irgendwelchen anderen Sachen drin sein. Und es gilt nur, wenn da mal drin ist. Wenn da ein Minus drin vorkommt oder ein Durch, dann gilt das Ganze schon gar nicht mehr. Also das dürft ihr nicht einfach machen. Das sehen wir aber gleich. So, gehen wir mal zum ersten Beispiel. 18 plus 37 plus 2 sollen wir berechnen. Wir gucken erstmal, da sind nur Plusse drin. Okay, das Kommutativgesetz gilt. Und wir dürfen, wenn es uns besser passt, die Sachen vertauschen. Warum sollte man jetzt hier überhaupt irgendwas vertauschen? Naja, wenn man so in der Reihenfolge vorgeht, müsste man jetzt 18 plus 37 rechnen. Und das ist gar nicht mal so einfach. Deswegen könnte man sagen, hier hinten ist eine 2, die passt super gut zu der 18. Wenn ich nämlich 18 plus 2 rechne, kommt da 20 raus. Und mit der Zahl lässt sich ja schon viel leichter rechnen als mit so einer 18. Dann kann man einfach vorteilhaft rechnen. Also könnte ich sagen, ich will die 18 zuerst mit der 2 zusammenrechnen. Und danach rechne ich halt die 37 dazu. Also ich habe jetzt gerade die beiden hier vertauscht. Also in so einer Kette darf man halt an verschiedenen Stellen einfach die Sachen vertauschen. Das ist dann auch egal, wie viele Sachen hier stehen. Ihr könnt sie so sortieren, wie sie euch gefallen. Und jetzt können wir, wie gesagt, viel besser rechnen. Wenn wir nämlich jetzt die 18 plus die 2 zusammenrechnen, dann kommt da 20 raus. Und die 37 hinten müssen wir noch dazu rechnen. Und wenn wir die jetzt zusammenrechnen, 20 plus 37 wären 57. Natürlich wäre dasselbe rausgekommen, wenn ich zuerst 18 plus 37 gerechnet hätte. Das wären dann scheinbar, wenn man echt lange nachdenkt und überlegt, 55. Also ich kann das auch nicht so gut im Kopf. Aber wenn da noch 2 dazukommen, dann kommt man auch auf die 57. Aber hier das ist natürlich schon angenehmer. Okay, was kann noch auf uns zukommen? Und da, das Riesending hier, eine ganze Kette. Und wir können einfach gucken, wir müssen nicht hier vorne von links nach rechts alles zusammenrechnen. Wir können auch gucken, welche Pärchen passen denn gut zusammen. Und wenn wir das mal machen, zum Beispiel die 17 und die 3 hier, die könnte man gut zusammenrechnen. Die 5 und die 15 könnte man gut zusammenrechnen. Und die 2 und die 28. Dann ist es doch viel vorteilhafter, als wenn man einfach von links nach rechts alles anfängt. Also würde ich das umsortieren und sagen, die 17 plus die 3 will ich in einem Päckchen zusammenpacken. Danach will ich die 5 und die 15 zusammenrechnen. Und danach dann erst die 2 und die 28. Das passt mir viel besser. Denn jetzt kann ich 17 plus 3 rechnen, das sind 20. Dann rechne ich 5 plus 15, das sind auch 20. Und dann noch die 2 und die 28, das sind dann 30. Und wenn ich die jetzt zusammenrechne, 20 plus 20 sind 40. Und dann noch die 30 hinten dazu, dann wäre ich bei 70. Und das war doch ganz angenehm. Aber das gilt halt nicht nur bei Plus, sondern auch bei Mal. Auch hier können wir uns überlegen, 2 mal 13 mal 5 kann man so rechnen. Aber es ist eigentlich besser, wenn ich 2 mal 5 zuerst rechne und dann erst mal 13. Warum? Weil 2 mal 5 eben 10 ergibt. Und 10 mal irgendwas ist ja total einfach zu rechnen, weil man einfach nur eine 0 hinten dran hängen muss. Also an die 13 muss ich einfach nur eine 0 dran packen. Und auch hier wäre es dasselbe rausgekommen, wenn ich 2 mal 13 gerechnet hätte. 2 mal 13 sind 26 und dann muss ich die nochmal 5 rechnen. Das ist halt ein bisschen schwieriger. Aber auch da käme 130 raus. Also ihr könnt euch euren Weg halt eben aussuchen. So, was kann noch passieren? 20 durch 5, was ist das jetzt? Naja, die Frage ist, darf ich hier das Kommutativgesetz anwenden? Und die Antwort ist nein. Das Kommutativgesetz gilt nur für Plus und nur für Mal. Und auch wirklich nur, wenn nur Plusse vorkommen und wenn nur Malzeichen vorkommen. Bei durch gilt es nicht. 20 durch 5 wären 4 und das ist nicht dasselbe, wie wenn ihr 5 durch 20 rechnet. Da käme irgendwas mit 0, irgendwas raus. Also das ist nicht dasselbe. Ihr dürft die nicht einfach vertauschen. Ganz wichtig. So, dann haben wir noch 3 minus 2. Wie sieht es denn damit aus? Ich glaube, ihr habt es verstanden, dass man das nicht darf. Aber wir können ja mal gucken. 3 minus 2 wäre 1. Und wenn wir das jetzt vertauschen, macht es gar nicht erst. Aber sagen wir mal, wir würden die Zahlen vertauschen. Gewöhnt es euch gar nicht an, dass man das irgendwie dürfte, weil das ist einfach falsch. Wenn wir jetzt nur die Zahlen vertauschen und das Minus lassen, dann wäre die 2 hier vorne und die 3 hier hinten. Und das ist eben nicht 1. Also wenn ihr 2 minus 3 rechnet, kommt da eine negative Zahl raus, Minus 1. Deswegen, das ist nicht dasselbe. Bei Minus dürft ihr die Sachen nicht einfach vertauschen. Und hier haben wir noch ein Beispiel. Auch da, das Kommutativgesetz, ganz wichtig. Das fällt mir total schwer, nachdem man weiß, was man machen darf und was man nicht machen darf, hier irgendwas zu vertauschen, weil man darf es einfach nicht. Aber wenn ihr das natürlich noch nicht wisst, dann ist es euch ja egal. Dann vertauscht ihr einfach, wie ihr wollt. Aber man darf hier nichts tauschen. Hier sieht man nämlich plus und mal gemischt. Und das ist eben nicht erlaubt. Deswegen darf man hier das Kommutativgesetz nicht anwenden. Es gibt keine Regel, die irgendwie besagt, dass ihr hier irgendwas vertauschen dürft. Hier gilt die Regel Punkt vor Strich. Das ist ganz wichtig. Hier ist nämlich die Regel, ihr müsst zuerst das hier zusammenrechnen. Ihr habt gar keine Wahl, irgendwas zu tauschen. Dann dieses 3 plus und 4 mal 2 wären 8. Und wenn ihr das jetzt zusammenrechnet, dann kommt ihr auf 11. Also hier gilt das Kommutativgesetz nicht. Genau. Also an sich ist das Komm-und-Tausche-Gesetz gar nicht so schwer. Man muss halt nur beachten, wann man es wirklich anwenden darf und wann eben nicht. Dann hoffe ich, dass ihr das jetzt verstanden habt und eure Aufgaben damit vorteilhaft lösen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!